Hallo und sehr willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Ich werde in den folgenden Videos jedes Gebiet, jede Stadt, je noch so kleinen Fleck untersuchen und euch mitteilen, was ich insgesamt so alles gefunden habe. Das wird kein Speedrun und kann sich wahrscheinlich einige Monate, wenn nicht sogar Jahre, hinziehen. Ich werde einige Sheets benutzen, zum Beispiel Godmode und auch die Gatling Laser werde ich mir herbeischieten und die dazugehörige Munition. Willkommen zurück zu Apollo 3. Und zwar Kraftwerk MDP, äh, Minus 0, 5. Kann jetzt natürlich sein, dass es ein ultrakurzes Video wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass hier groß was ist. Aber mal schauen. Hoppala. Ja, ich bin hierher geflogen. So, jetzt ist vernünftige Geschwindigkeit. Ah, hier sind schon mal zwei Leute. Drei. Okay. Kann es natürlich sein, dass das so ein Video wird, was, keine Ahnung, wieder drei, zwei, drei Minuten geht. Danke, dass sie uns nicht angreifen. Die meisten Leute tolerieren keine Ghule. Okay. Was wanderst du hier draußen herum? So, das bist du... Nein? Ich hab kein... Okay. Wir waren auf dem Weg nach Underworld, aber kamen einfach nicht an den Supermutanten vorbei. Und so suchen wir uns jetzt unsere eigene Bleibe im Ödland. Okay. Was ist Underworld? Underworld ist eine Stadt der Ghule. Es ist der einzige Ort im Ödland, der uns gehört. Die Stadt liegt im Geschichtsmuseum verborgen. Okay. Okay, das finde ich eigentlich echt schade, dass ich jetzt... Achso, auch in dem Video sage ich es, ich möchte immer nett, freundlich, also good calmer halt spielen. Aber gut, jetzt, ich hab keine Zeit, um mich darum zu kümmern. Und das klingt halt so, so... Wayne, verpiss dich. Dann gehen sie. Wir kommen auch ohne sie, klar. Danke, dass sie uns nicht angreifen. Dann gehen... Okay. Danke, dass sie uns nicht... Dann... Okay, ja, äh... Oh, Mist. Darf ich hier... Oh, ist auch... Ah. Okay. Wow, der ist jetzt offen. Na gut, hier liegt ne... Cola-Flasche. Oh. Diagramm. Pfeilpistolo. Okay, das ist schon cool. Und Schlüssel des Kraftwerks. Okay, das ist auch cool. Okay, dann liegt hier doch... Was, was... Ich sag mal, relevanter ist. Hallo. Hallo, da. Hey, ein bisschen mehr Vorsicht. Wer hat angefangen? War das jetzt tatsächlich der Schlüssel? Ich dachte, das wäre für ein anderes Kraftwerk oder sowas. Loll. Okay, ich glaube, das war gerade auch der Schlüssel für genau dieses Kraftwerk. Okay, dann haben wir... Immerhin, ähm... Ja, wie soll ich sagen? Eine Pfeilpistole. Ein Bauplan für eine Pfeilpistole gefunden. Das war's auch. Ja, gut. Wie gesagt, das Video ging jetzt sehr kurz. Darum habe ich mir jetzt auch von denen eher alles angehört, statt wie zu überspringen. Jedenfalls beim ersten, weil der Rest sagt dasselbe. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Abde dich, gib doch noch um. Schreibt dir einen Kommentar, wenn mir das Video gefallen hat. Tschüss.